Was geht, was geht halt? Und dann meint ihr euch echt, wie könnt ihr mal in einem neuen Video hier auf YouTube und zwar geht es in diesem Video. Und die Argumentation in Woche 3 Herausforderungen und zwar müsst ihr da einfach zum Beispiel einen Fisch fangen, die heißt fange verschiedene Arten von Fischen. Ich nehme dann da jetzt mal hier einen grünen Fisch und dann müsst ihr noch, und zwar das muss in der Solo-Runde, in einer kompletten Runde sein, das heißt verschiedenen Arten von Fischen. Das kann zum Beispiel ein grauer Fisch sein und ein grüner Fisch. Das können die in Solo, Duo, Team, Kumpel, Solo, Arena, ähm, Trio, Arena oder in einem LTM. Nun gut, Freunde, da findet ihr jetzt oben ein geblieben, mein Kanal, da könnt ihr mich kostenlos abonnieren und die Glocke auf die Seite, falls ihr nur da seid, dass wir mich sehr so freuen. Nun gut, könnt ihr gerne auch noch ein Like erlassen und unten findet ihr das weiteres Video. Dann würde ich sagen, haus da rein!